Hallo Slotbox-Freunde, der neue McLaren von BRM ist da in zwei Versionen, Startnummer 25 und Startnummer 24, Bestellnummer BRM 150 und 151. Soweit die freudige Nachricht, neues Sportgerät, jetzt aber das weniger erfreuliche. Ich hatte noch nie so viele Reklamationen zu einem Auto wie hier. Ich habe jetzt aus dem Lager ein paar Stichproben mitgebracht, möchte euch ein paar Sachen zeigen, die bei den meisten hier im Lieferzustand nicht passen. Und ich möchte euch zeigen, wie ihr das Ganze dann beheben könnt. Schauen wir uns die verschiedenen Punkte, die bei dem Auto nicht passen, einfach mal im Detail an. Also zum einen hatte ich den Fall, kein Spoiler mitgeliefert, dieser Zubehörbeutel hat einfach gefehlt. Gut, da kann man jetzt durch Tunen nichts machen, Händler anschreiben, Ersatz besorgen. Dann gehen wir weiter hier zu einem Fall, den ich leider bei allen McLaren habe. Und zwar, wir haben ja auf der Hinterachse Gummireifen und hier sieht man einen riesigen Grad auf der anderen Seite auch. Das bedeutet, wenn ich so ein Auto jetzt jemanden gebe, der jetzt noch keine Erfahrung hat mit dem Slot Racing, der wird ein Auto haben, das hier immer springt, sobald dieser Knubbel natürlich unten an der Bahn ist. Das dauert, bis der abgefahren ist. Wenn man es nicht weiß, jemand, der es weiß, wird natürlich jetzt dafür sorgen, dass der hier erstmal abkommt, ins Kalpell abschneiden und die Sache ist erledigt. Also die Maßnahme, die man machen muss, um das Problem zu beheben, ist gering, aber man muss es eben wissen. Weiß ich es nicht und fahre einfach aus dem Lieferzustand, wird es nicht funktionieren. Bei einigen war das gleiche auch am Vorderreifen, in der Mitte ein riesiger Grat und auch solche Knubbel. Das war das Thema Reifen. Ein zweites Problem, das bei sehr vielen hier auftritt, ist, dass das Lexan Inlay einfach nicht sauber verschweißt ist. Man sieht hier, hier fehlt ein Punkt, der nicht verschweißt ist. Ich habe hier Fälle, da ist vorne gar nichts verschweißt. Das bedeutet dann, dass dieses Lexan Inlay ganz locker ist und dann vorne auf die Vorderachse kommt. Hinten kann es natürlich auch sein, dass es dann raushängt. Maßnahme wäre jetzt hier, das mal richtig andrücken und man hat es jetzt bei dem gehört, es hat sogar geknackt. Jetzt ist es eingerastet. Bei dem ist es also so, dass beim Transport das hier rausgegangen ist. Aber ihr seht, da ist Spannung drauf. Wenn ich hier minimal hinkomme, springt es wieder raus. Abhilfe hier wäre einfach mal alle vier vielleicht lösen und nochmal sauber einkleben. Wenn ich hier einklebe, dann ist Spannung drauf. Ich weiß nicht, woher die kommt. Müssten wir jetzt untersuchen, ob die ganze Karosserie hier ein Problem hat. Aber ich vermute einfach nur, dass das Lexan Inlay einfach nicht sauber ausgerichtet ist, schräg drin ist und dann passieren solche Sachen. So, ein letztes Problem, das sehr häufig auftritt, die Schwergängigkeit der Vorderachse. Das ist eigentlich sehr leicht zu beheben. Hier muss minimal Spiel noch eingestellt werden. Die Reifen oder die Räder sind hier komplett eng drauf gedrückt und festgeschraubt, sodass die Kugellager auch nicht sauber arbeiten können. Hier in dem Fall, man sieht auch, wenn man es so bewegt, hier ist Spiel gleich null. Resultat ist dann diese Vorderachse. Nach den ganzen Problemen wenden wir uns jetzt aber auch wieder den schönen Sachen zu. Ich würde sagen, wir schauen uns trotzdem das Auto im Detail an. Hier ist jetzt die Neuerscheinung im Detail. McLaren F1 GTR im Maßstab 1 zu 24 von BRM. Wenn wir uns das Auto von außen anschauen, hier gibt es nichts zu bemängeln. Also die Optik wirklich sehr schön umgesetzt. Von so Kleinigkeiten hier die Abschlepphaken, die schöne Auspuffanlage, das Cockpit mit Ganghebel. Lenkrad wird schön umschlossen. Feuerlöscher sieht man im Innenraum, Scheibenwischer an der Front, zwei gesteckte Seitenspiegel. Also das ist wirklich sehr schön. Man findet auch jetzt keine Probleme irgendwie in der Lackierung. Und was besonders gut rüberkommt, ist, wenn man hier durch die Heckscheibe reinschaut, sieht man hier die Wärmedämmung aus dem Original. Sieht wirklich so aus, als ob hier eine Wärmedämmung eingezogen ist. Ein sehr schöner optischer Effekt. Springen wir von der Karosserie herein in die Technik, ins Fahrwerk des McLaren. Hier sehen wir erstmal von der Antriebsform Engelwinder. Wir haben den BRM TRS Evo Motor. Bedeutet 25.000 Umdrehungen im Leerlauf bei 12 Volt. Mit einem Drehmoment von 325 Gramm mal Zentimeter. Wir haben 11 Zähne am Motorritzel und wir haben 41 hier hinten auf dem Zahnrad. Das ist ein Nylon-Zahnrad und dieses Nylon-Zahnrad ist aufgebracht auf die 3 mm Stahlachse. 3 mm Stahlachse hier mit einer Achsdistanz auf Spurbreite eingestellt. Links und rechts haben wir Alufelgen mit einem Kunststoff-Felgeneinsatz und aufgezogenen Gummireifen. Hier hinten sehen wir die Befestigung für die Karosserie. Das ist die Schnellbefestigung. Das heißt, ich kann das Auto öffnen und schließen einfach nur durch Eindrücken dieser Schraubenköpfe in diese Lager. Hier drin sieht man auch, das sind gefettete O-Ringe. An der Vorderseite auch hier schön gefettet, dass das Auto sanft in Anführungszeichen hier einrastet. Man kann auch durch Aufschrauben lösen. Man kann nämlich auf der Unterseite dann hier auch mit dem Schraubendreher rein und diese Schrauben rausdrehen. Das ist ein 1,5er innen Sechskant. Die Achse hinten und nach vorne ist Kugel gelagert, aber das ist das Beispiel hier schwergängig. Hier müssen wir auf jeden Fall nacharbeiten, bevor es auf die Rennstrecke geht. Wir finden dann im mittleren Teil hier ein Gewinde, eine Ausfräsung und ein Loch. Man sieht, dieses Auto ist vorbereitet für den Original Carrera-Decoder, für den 132er-Decoder. Passt auch von der Voltzahl. 12 Volt für den Motor ausgelegt. Carrera Digital 132 hat 14,8. Das heißt, man ist sogar ein bisschen in der Überspannung. Kann aber dann über die Kodierung des Digitalsystems des Autos in der Geschwindigkeit noch drosseln, wenn es zu schnell ist. Vorne auch eine 3 mm Stahlachse, Alufelgen, Gummireifen. Die sind härter als hinten und schönen Felgeneinsatz in dem Gulf Orange. Schauen wir uns das Fahrwerk hier noch an. Hier ist der H-Träger, Buchstabe H. Hier etwas schwer zu erkennen. Das H bei anderen Fahrwerken erkennt man diese H-Form besser. Trotzdem heißt es hier H-Träger. Und dieser H-Träger ist gelagert auch nochmal in Gummiringen, in O-Ringen. Das sieht man hier in rot durchschimmern. Und das bewirkt, dass ich hier eine Bewegung habe, eine kleine Bewegung. Die Hinterachse hier mit dem Motor ist entkoppelt von der großen Grundplatte des Fahrwerks. Beim Light-Kill gibt es nichts Neues. Das ist der gewohnte Light-Kill mit seinem gewohnten Light-Kill-Halter. In dieser Buchse hier, blau eloxiert, ist eine Feder. Die drückt den Light-Kill nach unten. In den Light-Kill von oben rein kommen die Kabel. Die werden gesichert hier vorne mit der Innensechskantschraube. Somit werden die Kabel verpresst mit den Schleifern. Die sehen wir hier auf der anderen Seite rauskommen. Der Kontakt zwischen Kabel und Schleifer ist somit bombenfest. Da löst sich nichts. Und die Schleifer, die wirken jetzt erstmal sehr steif. Muss man noch in die richtige Position biegen. Der Light-Kill ist für die Carrera Digitalweichen etwas zu schmal. Hier gibt es öfters dann Probleme mit der Rückstellung der Weichen. Hier lohnt sich auch den Light-Kill dann auszutauschen. Gegen einen Light-Kill von Frankenslot. Zum Beispiel für die BAM-Fahrzeuge. Wir sind durch mit dem BAM McLaren F1 GTR. Aus dem Jahre 1995 übrigens. Die beiden Autos mit der Startnummer 25 und 24 waren am Start beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans. Wir haben in den letzten Tagen auch schon den neuen Porsche 911 GT1 angeschaut. Video findet ihr hier und wir sehen uns dann im nächsten Video. Euer Roland von slotblog.de. Tschüss.